Tatsache ist, wie Sie richtig sagen, wir haben eine Krise, eine Pandemie, eine Situation in diesem Land, wie es sie in Österreich noch nie gegeben hat. Dann seid ihr eigentlich irgendwie noch ganz beieinander. Wir haben keinen Job, wir haben die höchste Arbeitslosigkeit, wir wissen nicht, kein normales Leben führen, wir wissen nicht, wie die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, wir wissen nicht, wann ich geimpft werden kann, wie kommen wir aus dieser Malaise, aus dieser wahnsinnigen Krise wieder heraus. Die Leute haben einfach die Schnauze voll, sie können nicht mehr. Da passiert natürlich immer noch vieles, mit denen wir nicht zufrieden sein können, bin ich auch nicht.